Nachdenkseiten Die kritische Website Korrektiv-Tweet für deutsche Teilung, weil die Ossis falsch wählen Ein Kommentar von Tobias Riegel Mit dem Kampf für die Demokratie ist es schnell vorbei, wenn sich abzeichnet, dass viele Bürger einfach die falschen Parteien wählen wollen Und sie sich auch von emotionalen Erzählungen oder fragwürdigen Artikeln gegen Rechts nicht mehr einfangen lassen Wenn dieser Punkt erreicht ist, sei es Zeit, über eine Trennung von diesen falsch wählenden Bürgern nachzudenken Schreibt Markus Benzmann von Korrektiv Die Tschechoslowakei hat es vorgemacht Es gibt weitere aktuelle Beispiele für solche dreist zur Schau gestellten undemokratischen Haltungen Von Personen, die sich wohl selber für die Superdemokraten halten Markus Benzmann von Korrektiv hat auf Ex geschrieben Zitat Dennis Rathke, Mitglied des Europäischen Parlaments Wenn mehr als 50% der Menschen im Osten AfD und BSW wählen, dazu noch die Linke Dann hat die CDU erkennbar keinen Regierungsauftrag und muss sich nicht durch eine untragbare Koalition bundesweit selbst zerstören Es geht nicht um Details, es geht um unsere DNA Hashtag CDU Markus Benzmann von Korrektiv hat dazu auf Ex geschrieben Zitat Ende Die Aussi-Erzieher vom Spiegel Es gibt dieser Tage weitere sehr fragwürdige und tendenziell undemokratische Äußerungen in Richtung der Ostdeutschen Wie die Berliner Zeitung aktuell in einem verlinkten Artikel beschreibt Dort wird etwa der morgendliche Newsletter des Spiegel mit folgender Drohung an potenziell falsch wählende ostdeutsche Bürger zitiert Die Bewohner der Bundesländer Thüringen, Brandenburg und Sachsen haben im September bei den Landtagswahlen die große Chance, ihren Ruf endgültig zu verlieren Die Berliner Zeitung schreibt dazu treffend Die Ostdeutschen und die Wahlen, es muss eine Zumutung für den Westen sein Erst bekam jahrelang die PDS, später die Linke viel zu viele Stimmen In Medien wie dem Spiegel hieß es, im Osten hätten sie nichts gelernt Dann fingen die Leute an AfD zu wählen und nun BSW Parteien, die zwar nicht verboten sind, was aber noch lange nicht heißt, dass man sie auch wählen darf Wenn man nicht vom Spiegel gemaßregelt werden möchte Ich frage mich, wer eigentlich bei wem seine letzte Chance verspielt Zitat Ende Eine weitere bedenkliche Äußerung bezüglich der ostdeutschen Seelenlage gab es kürzlich von Ruprecht Polenz Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete hat auf Facebook geschrieben Weil immer wieder behauptet wird, die DDR könne auf nach 1990 Geborene doch gar keinen Einfluss haben Es gibt Oral History Das biologische Geschichtsgedächtnis über Eltern und Großeltern reicht ca. 100 Jahre zurück Verhaltensweisen werden in Familien weitergegeben Zitat Ende Wenn man hunderte Jahre Oral History ins Feld führt, muss dann nicht auch die westdeutsche Seele als bis heute von Diktaturerfahrungen geprägt dargestellt werden? Korrektiv Medienpreis für fragwürdige Arbeit Doch zurück zu Korrektiv Dass das unabhängige Recherchezentrum Korrektiv in fragwürdiger Weise auch von US-Oligarchen und Bundesbehörden finanziert wird Hat Florian Warweg in einem verlinkten Artikel beschrieben Demnach erhielt Korrektiv etwa im Jahr 2022 die mit Abstand höchste Spendensumme in Höhe von 636.331,94 Euro Vom Omida-Netzwerk des US-Multimilliardärs und eBay-Gründers Pierre Omida Der nächsthöchste Spendenbetrag im Umfang von 361.784,69 Euro Stammel von der Landeshauptkasse NRW Dabei handelte es sich um staatliche Zuschüsse an Korrektiv Korrektiv hatte kürzlich viel Aufmerksamkeit auf ein Geheimtreffen von Rechten in Potsdam gelenkt Dass die Darstellung des Treffens in der von Korrektiv gelieferten Form in Teilen fragwürdig ist Dass aber das unabhängige Recherchezentrum dafür trotzdem noch mit einem erstmals renommierten Medienpreis geehrt wurde Diese unhaltbare Situation schildert Übermedien aktuell in einem verlinkten Artikel Leider zum Teil hinter der Bezahlschranke Laut den Autoren verdient der Korrektivartikel nicht Preise, sondern Kritik und endlich eine echte Debatte Stattdessen muss aber von Übermedien diese Szene geschildert werden Eine renommierte Auszeichnung, einhellige Begeisterung, Standing Ovations Mitte Juli feierte die Elite der deutschen Investigativjournalisten beim NDR in Hamburg die Rechercheplattform Korrektiv Das Team erhielt dort den Leuchtturmpreis des Netzwerk Recherche für seine Reportage Geheimplan gegen Deutschland Der Artikel fährt fort Kritische Fragen gab es auch auf einer Podiumsdiskussion nach der Preisverleihung keine Dass es dazu Anlass gegeben hätte, zeigte sich nur wenige Tage später Als ein Gericht dem NDR vorläufig Teile eines Tagesschauartikels untersagte Der sich auf die Korrektivberichterstattung bezog Kurz vor der Preisverleihung hat der Korrektiv selbst eine juristische Auseinandersetzung verloren Ausgerechnet gegen das rechte Wutmedium NIOS Das den Bericht und die Art, wie er verstanden wurde, kritisiert hatte Das Fazit von Übermedien Längst ist offenkundig, wie problematisch die Korrektivberichterstattung und ihre Rezeption sind Und wie sehr gleichzeitig in weiten Teilen der seriösen Presse eine kritische Auseinandersetzung damit fehlt Schlechter Artikel, gute Wirkung? Fragwürdig finde ich bei Übermedien diese Stelle über die Wirkung des Korrektivartikels Richtig ist, der Text ist misslungen, das Verhalten von Korrektiv nach der Veröffentlichung fragwürdig Und die Berichterstattung vieler Medien eine Katastrophe Richtig ist auch, die Proteste, die der Artikel ausgelöst hat, sind gut und wichtig Er hat viele Menschen alarmiert, die sich zu Recht über die Verbindungen zwischen bürgerlichen Kreisen und dem rechten Rand sorgen Zitat Ende Wenn die alarmistischen Reaktionen der Bürger aber auf fragwürdigen Berichten beruhen Dann steht der Verdacht einer mutmaßlichen Manipulation im Raum Ich würde das nicht als gut und wichtig bezeichnen Was wird das wohl bei den betreffenden Bürgern auslösen, wenn irgendwann zu ihnen durchdringen sollte Dass sie bezüglich des Geheimtreffens teilweise einer mutmaßlichen Dramatisierung aufgesessen waren Als sie für die Demokratie demonstrieren waren Vermutlich wird dann aber das folgende auch bezüglich der Corona-Politik häufig zu beobachtende Phänomen greifen Es ist einfacher, die Leute zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden Dieser Satz wird wohl irrigerweise Mark Twain zugeschrieben Zum Glück gibt es dazu einen Faktencheck von Korrektiv Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Wir freuen uns jetzt im nächsten Mal